Hey, herzlich willkommen zu eurer zweiten Dschungelprüfungstauglichkeitsprüfung. Das Unglücksrad. Ihr drei werdet auf dieses Rad geschnallt, dann drehen wir es im Uhrzeigersinn und ihr müsst gut zuhören. Bei jeder Umdrehung geht es für euch mit dem Kopf durch das Wasser. Wasser! Achtung! Jedes Mal, wenn ihr im Wasser seid, sollten Oliver und Christina versuchen, einen Ball, der da unten ist, rauszuholen, zu greifen und in der Hand zu behalten. Nur einen Ball, okay? Wir werden dir, bevor du eintauchst in das Wasser, einen Begriff nennen, den du dann, wenn du auftauchst, anfängst zu buchstabieren. Was denn? Ich glaube, buchstabieren bin ich nicht so gut. Bist du nicht so gut? Ich glaube, ich bin mein Bestes. Sam, der Duden, Dylan. Du hast allerdings nur Zeit, bis du oben quasi bei 12 Uhr angekommen bist. Ihr habt dann die Möglichkeit, wenn er fertig buchstabiert hat, euren Ball in diesen Korb zu werfen. Okay. Ach, den müssen wir noch treffen. Das geht am besten, wenn wir da oben angekommen sind. Sollte er tatsächlich das Wort richtig buchstabieren und einer von euch dort reintreffen, habt ihr einen Stern. Wir fangen an zu drehen und dein erstes Wort lautet Känguru. Oh Gott, Leute, ich will da drauf. Achtung, gleich geht's. Ja doch, die hat, tschüss. Oh, ja, oh, guck, er will. Ah. Boah. Ja, und? Da. K. A. Kann. K. E. N. K. E. N. D. R. I. R. U. Sam, da war echt ganz schön viel falsch. Oh, scheiße. Oh, Leute, ich seh noch nicht. Du musst ja nix sehen. Du musst nur das nächste Wort. Ihr könnt werfen, probieren. Dein nächstes Wort ist mein Nachname. Wie buchstabiert man zieht low? Leute, das ist für mich auch interessant. Oh. Mal gucken, ob wir hier sein. So, ja, und? Z. I. E. T. L. O. O. W. Hey! Hey! Wirklich mit gehen? Ja! Oh, das ist sehr. Oh, das ist sehr. Ihr müsst werfen, dann irgendwann. Sehr. Sam, dein nächstes Wort lautet ... Was? Scheiße. Drehwurm. Wie? Drehwurm. Boah. Das ist euer erster Stern, Oliver. Jawoll. Drehwurm. D-R-E-H-W-U-R-M. Drehwurm. 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 Dein nächstes Wort, das kennst du. Es heißt Prosecco. Sehr gut, aber leider war falsch buchstabiert vorher. P-R-O-S-E-C-O. Nein, da fehlt ein C. S-E-C-C-O. Ich hab das C doch gesagt. Ja, es sind aber zwei Cs. S-E-C-C-O. Prosecco. Ist der reif? Ja, da geht nicht. Der nächste Wort ist Karussell. K-A-R-S-E-C-O. Karussell oder was? Karussell. K-A-R-S-U-E-L. Ja, Karusuell, genau. Nein, war falsch. Sorry, Leute. Ein Übungswurf für Christina, einer für Oliver. Und dein nächstes Wort lautet Dschungel. Das sollte machbar sein auch, denk ich mir. D-S-C-H-U-N-G-E-L. Korrekt. Jawoll. Scheiße. Jetzt müssen die beiden nur noch treffen. Das wär cool. Christina, die Chance auf den zweiten Stern. Vertan, aber der Oliver darf noch. Scheiße. Dein nächstes Wort, lieber Salven, lautet Sintflut. Was? Sintflut. Mal weiter daneben, Oliver. Sintflut. Sintflut. S-I-N-F-L-U-T. Ein T-Fege. Sintflut. Sam. Ja. Der ist endlich drinnen, Alter. Dein nächstes Wort lautet Kakerlaken. Joga, was ist das, Alter? I. Auch gut. Aber falsch buchstabiert. Oh nein, bei der Nase. K-A-K-I-R-L-A-T-E-N. Richtig. Ist das ekelhaft. Oh mein Gott. Dein nächstes Wort ist Plumpsklo. Ein Stern. Plumpsklo. Ich hör nichts. Plumpsklo. P-L-U-M-S-K-L-O. Nein, da hat ein P gefehlt. Ich hab doch gesagt P-L-U-M-P. Ja klar, da kommt aber noch ein P. P-L-U-M-P. Ich hab keinen Ball mehr. Aber er hat eh falsche buchstabiert. Egal. Es ist überstanden. Wuhuu. Mein Nachname hat euch einen Stern gebracht. Zitlo. Und Kakerlaken. Das würde mir ein bisschen zu denken geben. Und Kakerlaken. Ich weiß auch nicht, wie die beiden in Verbindung stehen. Na, was sagt ihr? Ja, hätte besser sein können, oder? Ja, definitiv. Wenn ich jetzt zwei Sterne sehe, hätte ich jetzt mehr erhofft. Tschüss. 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 Tschüss.